Einen schönen guten Tag aus Heilbronn. Hier ein Blick auf den Rathausplatz. Hier auf dem 13. Stilgatt in Heilbronn. Hier ein Blick auf den Rathausplatz. Hier ist es ein Blick auf den Rathausplatz. Hier ist es ein Blick auf den Rathausplatz. Hier am Heilbronner Hauptbahnhof geht es weiter mit einem Regionalexpress in Richtung Kreilsheim. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Westfreitenbahn fährt voll bewegt. RG 80 nach Kreilsheim über Höringen Hauptbahnhof und Schwäbisch Hall Hessenthal. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass weiterhin alle sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regel zum Gesundheitsschutz halten. Bitte denken Sie daher an das Tragen einer medizinischen Maske im Zug. Beachten Sie bitte auch die Maskenpflicht an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen. Nächste Station Weisberg. Das sind wieder nur die Maske im Zug. Die Maske im Zug ist nicht so leicht. Der Marsえて ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Ich bin ein Blick auf den Karten und das Stadion. Hier da ist nicht so leicht. Es sind nicht so leicht. So, das soll es aus Heilbronn gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund und bis bald. Tschüssi. Tschüssi.